Scheiß drauf, komm eh wieder bei dir und bleib' euch im Kreis auf. Finally, ich kann Musik machen, endlich. Jetzt kann ich Musik machen, endlich. Julia, was machen Sie da? Es geht sich gar nichts an. Schreib mich nicht an. Sie hatten noch keinen Kaffee. Spars schon drei. Drei. Jetzt hat sie Panik. Auf jeden Fall muss Julis Arsch drauf. Nein, dann werde ich gefeuert. Für Klicks. Wir machen das Volumen. So. Und jetzt hoch. Ja, kann ich's so machen? Geht's so? Ja? Ja, ist drauf. Und das ist Hussow. Er ist meine Situation in dem Video. Nicht nur in dem Video, aber... Oh ja, Mann. Wir wollten es doch gar nicht öffentlich machen. Sind Sie zufrieden bis jetzt? Ja. Und Sie? Ja. Hallo, ich bin die Marina. Ich bin Alina und ich bin auch dabei. Und jetzt Nackenmassage. Oh ja. Du kannst vielleicht ein bisschen... Bestecken. Ah genau, Besteck kommen. Achso. Bisschen mehr mit Alina engagieren oder probieren. Danke. Ich muss nur einmal... Lecker! 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 Ich muss nur essen. Bist du unterzuckert? Dann essen. Ja. Ich schwör, ich würde so gerne... Danach... Ich gönne mir richtig Leute... Aber so richtig... Oh! So einen Apfel oder so. Was? Was? Ich hab einfach das Vizemann für mein erstes Video. Jesus! Stuttgart habt ihr Bock! Ja! Stuttgart! Habt ihr Lust auf ne geilen Abend? Jaaaa! Hallo Maxi! The creator... The creator of the dance. I'm very thankful for him. Ich kenn ihn schon seit neun Jahren. Und ich wusste, den brauch ich noch. Komm noch mal! And here we are! Here we are in Stuggi Town. Was essen Sie da? Ich hab selber was gekocht. Pizza! Lecker schmecker! Ich hab den frei, weil ich... Brinn so eine. Herr Endres, was machen wir heute? Boah! Die hat glaub ich am Herzen... Shit! Sie ist mein Eskimo. Ich liebe sie. Kannst du uns kurz alleine lassen? Hey! Ich bin Noah, ich bin auch dabei. Was war dein Highlight des Drehs? Die Pause. Guck mal! Ich finde, ich hab mich nicht verändert, oder? Nee! Ich mach jetzt nen historischen Moment. Ich bin aufgeregt. Ich muss hier jetzt Scheiß draufschreiben. Und das könnte sein, dass das mein Cover wird. Ist das cool? Das ist komplett übertrieben und ich lieb's! Ja, das ist ein Dänzer. Ja, das ist ein Dänzer. Ja, jetzt bleibt dein Dänzer! Für den Dänzen interessiert. Dann tanzen gleich für's! Für wen tanzt ihr denn? Hallo! Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Jetzt müssen wir tanzen. Ich hoffe einfach nur, es reicht nicht. Nein, stopp. Was geht Leute, Tag 2? Mary ist heute auch Darstellerin. Juli ist heute auch Darstellerin. My best friends sind in meinen Videos. Natürlich. Ich weiß nicht wie das geht. Das kann scheiß nicht. Ich habe meinen Job jetzt verloren. Jetzt kannst du einfach weiter werden, den Handy am Boden liegt. Ist nichts, oder? Nein, nein. Ich habe immer Panzerglas. Ey, guck mal. Kannst du meine Bubis nicht so filmen? Hör mal. Das Logos hat ihr drauf. Stark. Warte. Wollt ihr auch so einen? Dann gehen jetzt auf meinen Job. Ich werde jetzt zum Mann. Ich werde zu meinem eigenen Producer. Namen Timon. Weil Timon ist wirklich mein Producer. Und der sieht ganz anders aus. Das ist ungefähr das Gegenteil davon. Du? Du? Ich will dich direkt heiraten. Tika. Scheiße. Ich sehe aus wie Marvin. Ich sehe aus wie er. Ich schwöre es euch. Ich glaube jetzt an deinem Fenster. Alter, wie siehst du aus? So wie du? Dicke. Ich will, dass du neben mir stehst. Ja. Wir sehen auch gleich aus. Ich habe mich gestern rasiert. Gestern hätte ich das machen müssen. Dicke, du siehst aus wie mein Sohn. Ja, Papa. War mein Sohn? Ja, Papa. War mein Sohn, warst du auch schönartig? Nein. Gerne. So wie du. Gerne. Mein Sohn, du kannst dich mal wieder rasieren. Du siehst ja schlimmer aus als dein Vater. Das habe ich von dir gelernt. Verdammt. So mein Sohn, jetzt ran an die Arbeit. Mach mal was, das gibt kein Taschengeld. Warum sieht das aus wie Hundekackbeutel? Weil es Hundekackbeutel sind. Die sind von mir, die habe ich gerade aus meiner Weste rausgeholt. Weil ich dachte, falls du sie nimmst, dass du sie nicht drin findest. Und jetzt hast du sie trotzdem gefunden. Kannst du nicht aufs Klo gehen normal? Ich schon, aber mein Hund hat da echt große Probleme mit.